Pfarrkirche St. Martin, Jesus am Kreuz, Feier des Gründonnerstags, Altarverwüstung. Grüß Gott zusammen. Wir haben gerade in der Pfarrkirche drüben die Karfreitagsliturgie gefeiert und die endet ja immer damit, dass wir den Jesus begraben am Heiligen Grab, dass wir ihn dort niederlegen, seinen Leichnam und das ist immer sehr eindrucksvoll. Das Heilige Grab wird schön hergerichtet. Ja, und ist natürlich ein wertvoller Ort für uns zum Gebet, zur Anbetung. Und da werden dann immer ein paar Verse gesungen aus einem Lied, das im alten Gotteslob drin war. Warum es im Neuen nicht mehr drin ist, weiß ich nicht. Sehr schade. Oh, seht die Mutter voller Schmerzen, wie sie den Sohn in Armen hält. Sie fühlt das Schwert in ihrem Herzen, trägt mit am Leid der ganzen Welt. Er wird der Erde übergeben, wie man den Weizen bettet ein. Doch wird er auferstehen und leben und über alles herrlich sein. Und dann folgen diese eindrucksvollen Worte, die Bach in seiner Passion komponiert hat, ausgetont hat. Am Abend, da es kühle war, am Abend kam die Taupe wieder und trug ein Ölblatt in die Munde. O schöne Zeit, o Abendstunde. Nun ist der Herr zur Ruhe gebracht, mein Jesu, gute Nacht. Ach, liebe Seele, bitte, du, geh, lass dir den Toten Jesus schenken. Welt, geh aus, lass Jesus ein. Ja, das sind natürlich tolle Bilder. Der Ölbaum von der Arche Noah, der Ölzweig, wo man gewusst hat, ah, jetzt wird es wieder gut nach der schlimmen Zeit. Die Friedenstaube, die wir zur Zeit so sehr anflehen. Und der Weizen, der uns ausgeht und von dem wir auch hoffen, dass die Menschen doch bald nicht mehr hungern müssen. Ja, das bewegt uns alles und wir gehen natürlich auf Ostern zu und freuen uns dann schon wieder auf das Halleluja. Oh, das traue ich mir jetzt noch gar nicht sagen, aber das kommt schon wieder. Nein, ich sage jetzt nicht Halleluja, aber es kommt wieder. Alles Gute und so segne und behüte euch der mitleidende und mittragende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute. Frohe Ostern schon im Voraus. Nein, ich sage jetzt nicht Halleluja. Vielen Dank. worship. Wir wünschen uns hier einen hohen Chienen. Ja, wir will uns hier und ein schönxxx Cada 100 podcasten. Vielen Dank.